Oh, hier, das ist ein schlimmer Spiel. Was macht Spaß? HL, Half-Life, es geht um die Halbwettzeit. Ein Horrorshooter, by the way. Ich hoffe, es ist für euch okay. Ho, zu einem neuen Part. Von Half-Life. Wir waren das letzte Part, das ist erstmal in Oberfläche. Und es ist gruselig und extrem schwierig. Wie ihr hört, macht es ganz oft um. Da habe ich Angst. Central accepts irgendwas. Ach, du Kacki. Oh mein Gott. Ja, gut. Hallo. Oh ja, da designen sich zwei Schlaumeier ab. Den anderen Schlaumeier muss ich, glaube ich, so nur, oder? Der ist so unten. Aber mit einem... Ich habe keine... Lol. Ich habe aber kein Ding mehr, keine... Granaten. Wieso nicht? Lol. Also die Waffen stört mich, Alter. Da muss ich auf dem Nachland. Lieber die hier. Ja, okay, das war jetzt doch nicht das Richtige, darunter zu springen, glaube ich. Frag mich nicht, warum, aber ich glaube, das war nicht richtig. Vielleicht war es doch richtig. Ich glaube, ich hätte lieber die Leiter nehmen sollen, aber... Ja, okay. Ich war halt ein bisschen YOLO, glaube ich. Scheiße, ich bin zu sehr YOLO. Was ist es diesmal? Ja, okay, das war es nicht. Wo bin ich jetzt? Bitte nicht wieder ganz oben. Ich glaube, das hätte ich machen müssen. Das ist perfekt. Ich wollte nicht wieder hochkommen, ey. Oh mein Gott! Scheiße. Hallo? Headcrab? Nein. Noch einer, Headcrab! Hallo? Da... Ich bin gleich wieder weg. Keine Sorge, ihr braucht mich nicht angreifen. Alles klar. Ich weiß noch nicht, wo ich jetzt durch muss. Da unten stehen zwei. Das geht gar nicht durch. Okay. Geht das durch? Ich weiß noch nicht, wo ich herkomme. Ich weiß nicht mehr, wo ich herkomme. Da kann ich weiter. Headcrab. Oder anders Monster. Also entweder geht es da runter, der will ich auch noch nicht runter, ich will schauen, ob es noch was anderes gibt. So eine Alternative oder so. Da komm ich hier her. Hier ist die Headcrab, genau. Da kann ich auch runter, aber da will ich auch noch nicht so gerne runter. Theoretisch komm ich wieder hoch. Ja doch, dann geh ich da runter. Obwohl... Bekomm ich... Doch, bekomm ich hoch. Das krieg mir aber nicht so viel. Da geht es nicht durch. Da überlebe ich glaube ich nicht, oder? Ne. Das geht nicht. Das geht nicht. Dann töte mich nochmal die scheiß Headcrab von hier. Headcrab, hallo, komm. Hallo, Headcrab. Headcrab, hallo, hallo, ist hier nicht? Okay. Ich muss dann hinten runter, wo ich das gerade gedacht habe. Da nicht. Ne, doch, das war da lang. Ja, das war hier. Ich komme mal wieder hoch. Sind wir hier? Ah, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Schau, da war ich vor zwei Parts oder so. Oder echt? Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube schon, dass ich darüber muss. Hm. Noch mal nachladen. Geht nicht. Perfekt. So. Oh mein Gott, hier ging es auf ohne Grund, einfach so. Alter, liegt einfach eine Leiche. Sieht fast aus, wie ich schiebe. Ohne fast. So. Alter, das war kein Ende der Stock. Ich mache einfach die Tür auf. Aber, äh, liegt ein Toter. Alter, du machst, du... Oh, hier, das ist so schlimm, das Spiel. Was macht Spaß? Okay. So. Da ging es ja nirgends runter. Soweit ich das mitbekommen habe. Da war ich ja schon. Da brauche ich ja nicht runtergehen. Da war ich ja schon. In einem der letzten... Parts. Da war ich gerade eben. Gut. Durchatmen. Oh. Da war ja die hat... Die Kopfkrabbe. Mal ein bisschen aufladen. Ich habe gesagt, wir sind schon... ...leitet eine Million in den Medien, die wir in den Medien sind. Sie haben gegen den Medien, die wir in den Medien zahlen können. Aha. Interessant. Ihr müsst uns auch... Äh, müsst mich ausschalten. Wieso nur? Ich bin doch lieb zu euch. Da komme ich ja nirgends so vorbei. Das heißt... Ich muss da schon an diesem Ventilator da vorbei. Aber das wird schwierig. Puh. Also, mh. Zuckerschleck ist das Spiel auch auf einfach nicht, muss ich wirklich sagen. Ich bin froh, dass ich es auf einfach spiele. Ich bin froh, dass ich da és älsch und mit euch направ hands helde... Once es sich leer was, ich habe mich gemütlich. Und dabei werden uns nicht alwaysельEN. Ich bin froh, dass ich mit ihr Montrealth真的很 was путеше tableier.